In Deutschland haben Kinder ab dem Alter von drei Jahren bis zur Ersteinschulung einen Anspruch auf a. monatliches Taschengeld b. einen Platz in einem Sportverein c. einen Kindergartenplatz d. einen Ferienpass Wir schauen uns das Buch und wir haben in Deutschland in Deutschland haben Kinder mit den Kindern ab dem Alter von drei Jahren bis zur Ersteinschulung 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 b. einen Anspruch auf b. einen Kindergartenplatz b. einen Kindergarten b. einen Ferienpass b. einen Anspruch auf der Ersteinschulung bis zur Ersteinschulung bis zur Ersteinschulung bis zur Ersteinschulung b. einen Anspruch auf der Ersteinschulung b. einen Anspruch auf der Ersteinschulung bis zur Ersteinschulung bis zur Ersteinschulung b. einen Anspruch auf der Ersteinschulung bis zur Ersteinschulung bis zur Ersteinschulung bis zur Ersteinschulung